Musik Was war das für ein Spiel? 5 zu 4 nach Penaltyschießen, ein wunderschöner Spielagabend. Die Stimmung in der Halle, auch bei 2716 Zuschauer, wirklich klasse. Ich begrüße alle Fans in der Halle, natürlich alle Zuschauer, die uns hier am Business Club aufhalten und natürlich auch alle Medienvertreter, die hier im Medienclub sind. Zu meiner Linken begrüße ich Trainer John Jackson, zu meiner Rechten Trainer Rick Aderomo. John Jackson, gib uns ein Statement für das Spiel, bitte. Guten Abend zusammen. In die Quirfelder, Sie haben überrascht den Tugos Anfang des Spiels. Ich bin Frau Handschuh, die drei in dem Schuss, die wir im Mitarbeitern sind. Ich habe gerade eine Stärke in der Schuss, die wir haben. Wir haben das eine Turnover gemacht. Ich habe einen Teil des Spiels, der drei die Schuss war. Es ist ein Teil des Spiels. Die Schwung ist ein Teil des Spiels. Danke schön, John Jackson. Rik Edo, will you give us a statement for the game, please? I'm very, very pleased with the effort that the players put forth tonight. They paid attention to detail. They gave every ounce of energy that they had throughout the game. We were very short-staffed, and it was real nice to be able to play some of the players that haven't been getting a lot of ice time, and they all did a real good job for us. We had a 2-0 lead, but again, a team against Berlin, or playing against Berlin, you make one mistake and they're going to score on you. And that's how we entered this game, believing that we couldn't make any mistakes in order to have an opportunity to beat them. So they showed what type of team they are and why they have 98 points now, because we're up 2-0, then they're up 3-2, then they're up 4-3. And our team showed a lot of character. They showed character, they showed team poise, they showed what they can do. Again, things always don't go your way, but I'm very pleased for those gentlemen in there for the effort that they put forth tonight. And again, it keeps us battling for a playoff spot, so it's good for the team, it's good for the fans, it's good for the organization, and just hopefully we can carry this on on Friday night. Alright, thank you. Thank you very much for Gerda Odo. Ich fasse ganz kurz zusammen. Er ist wahnsinnig stolz darauf, was heute die Mannschaft vollbracht hat. Wir führen 2-0 und dann ist es wie immer wie gegen Berlin. Man kassiert natürlich bei jedem Fehler einen Gegentreffer. Insgesamt ist er hoch zufrieden mit der Mannschaftsleistung und freut sich natürlich für die Fans, für die Peter Pinguine und natürlich für das ganze Umfeld. An dieser Stelle bleiben mir, wenn keine Fragen mehr sind, zu danken und natürlich hinzuweisen auf das nächste Einspiel, was stattfindet am Freitag um 19.30 Uhr im ewigen Klassiker Krefeld gegen DEG. Bis dahin sage ich Dankeschön, einen schönen Abend noch. Kommen Sie gut nach Hause, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tut mir gut nach. 25 2 Heavenly bis alte Ernst Untertitelung des ZDF, 2020